So. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich warten, dass... Oh, guck mal, da hätten sie jetzt schon gewachsen. Sehr gut. Ja, ich wollte gerade sagen, dass unsere Bäume wachsen. Gehen wir mal schlafen. Wir brauchen jetzt nämlich viel mehr Holz. Viel, viel mehr Holz. Wobei auch gar nicht mehr so viel eigentlich, wenn man sich das hier mal so anguckt. Eigentlich sind wir so gut wie durch. So, dann die Treppen austauschen. Weizenkörner. Da. Wird immer waldiger. Ach, da unten ist sogar auch so ein Baum gewachsen. Sehr gut. Nur dieser blöde Baum wächst nicht, oder? Das kann echt nicht wahr sein. Wachse! Hallo! Warte mal, ich habe doch so viel Erde dabei. Ich könnte ja eigentlich auch mal endlich... ...auffüllen. Mhm. Wenn wir davon schon so viel haben. Easy. So, ich wollte aber hoch. Oh, guck mal, wie gut die hier reinpassen, unsere Fichten. Voll gut. Aber wo sind denn die? Du, die ist hier. Ach, ich muss die mal weg machen, die nerven, ne? Gut, wir haben ja 41. Ja, komm her. Mach einen nach den anderen. Das war ein guter Schlag. Komm. Au. Penner. Uh, was hat denn der für ne geile Anbrust fallen lassen? Aber steckt hier nicht grad eben noch irgendwo einer fest? Hier unten, ne? Hihi. Auf die Knie! Ach, das ist so einer. Voll gut, ähm. Ach so, scheiße. So, wie sieht's hier aus mit unserem Bäumchen? Ja. Na, sehr nice. Ja. Na, sehr nice. Kommt hier bei uns. Jetzt bin ich um weiter hingefallen. Kommt hier. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So. Sollte ja dann eventuell auch reichen. Obwohl, so viel war das jetzt eigentlich nicht an Holz. So. Guck mal, so viele Seeds raus, das ist richtig gut. Und wer haben wir jetzt noch davon? Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das ist richtig gut. Oh lol, die sind schon nachgewachsen. Okay, die droppen schon sehr gut Samen. Hm. Das ist ehrlich nicht, reicht nicht? Okay, ja. Ist dann hier, wenn ich so eine richtig dicke Hirnstelle, zum Beispiel? Ähm, okay, nee, lieber nicht. Wow. Das war aber unglücklich. Ich hätte hier vielleicht gerne so eine dicke, gucken wie die aussieht. Und vielleicht hier auch so eine fetter. Die sind ja schon sehr dick, aber weißt du was ich meine? Gucken wir mal, was daraus entsteht. So, wir haben auf jeden Fall wieder was an Holz. Ich dachte, es ist so ein Dunkel, glaube ich, ist das viel besser. Ich weiß nicht, ob ich das Dach so hell lasse, ich glaube schon. Aber ich will vielleicht nicht den Cobblestone da haben, sondern irgendein anderes Material. Ich weiß nicht, ob wir da auch so poliertes Granit nehmen oder sowas. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall mal ein paar Treppen. Jupp. Das war ja klar eigentlich. So. Äh, wo war ich jetzt so? Hier. Na. Da kann aber der hin. Oder rein theoretisch auch so. Ja, so rum. Zack. Dann machen wir das hier weg. Das sieht nämlich scheiße aus. So. Halt. Äh. Ne. So. Hä, die hab ich nie abgebaut vorhin. Können wir machen das mal so. So. Na, wird das oder wird das nicht? Oh Gott, nein. Auf gar keinen Fall. Wenn dann dahin. So. Wird das oder wird das nicht? Ich glaube, das wird das nicht. So. Das ist besser. Mh. Äh. Hö? Ich hab ein Loch da oben. Äh. Och. Okay. Okay. So. Wie kommen wir an die Lenden? So. Wie kommen wir an die Lenden? Okay, es gefällt mir einfach um so vieles besser. Nur das Bild gefällt mir hier nicht. Diese Steine nerven mich halt. Unglaublich hier. Warte mal. Es muss weg. Das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt, ey. So. Viel besser. Jo. Viel besser. Ähm. So. Jetzt brauchen wir. Links wie viel? Zwei. Vier. Sechs. Ich glaub acht Stück. Wie werden die gemacht? Oh. Achso. Habe ich die genommen? Achso. Okay. Wird so weit entfernt. Jo. Ist klar. Ähm. Zack. Zack. Haben wir ja doch die vollen Blöcke da dran, oder? Na. Das hab ich schon mal probiert, sonst hat mir nicht gefallen. So, im Prinzip. Scheiße, das müsste da aber eigentlich... Äh. Dieser Aufgang nervt mich, ne? Weiß. Sieht kacke aus, ne? Okay. Was ist denn, wenn ich da hochgehe? Da hab ich ja wieder einen Stein. Okay. Und was ist denn, wenn wir das... ...die Treppe nach Dörfer setzen? Wie ist das denn? So, hier lang? Besser, glaub ich. So. So. Können wir nämlich auch hier hochlaufen. Nope. Können wir nämlich den oberen Platz auch endlich mal benutzen. Als Lager oder sowas. Habe ich Treppen? Ne helle, ne? Ne helle, ne? Okay. Wie sieht das aus, wenn ich die halben hier nehme? So, hier. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. So. Allerdings... Es ist jetzt duster. Okay. Habe ich denn... Hmm. Okay, sieht eigentlich ganz nice aus. So weit, so gut. Funktioniert das? Dann... Ja, ich würde gerne runter. Das habe ich mir gedacht. Scheiße. So. Sieht halt irgendwie bescheuert aus, ne? Hm, wenn wir darauf dann Truhen stellen... Okay, das hat ja funktioniert. Aber warum ist das so anders? Hm. Ach so, weil ich da das Dach erweitert habe, glaube ich. Na gut, im Prinzip könnte man jetzt hier... 1, 2, 3, 4, ja. Könnten wir hier so eine Truhe hinstellen? Wie waren die nochmal? Ähm. Ach. Warte mal. Ich dachte, das ging nur unten. Hm. Ach ja. Ach so. Okay, alles klar. Warte mal. Warte mal. Wir brauchen ein bisschen mehr. Wir haben hier aber genug. So, 1, 2, 3, 4. Hier. Geht und geht. Sehr schön. So. Na ja. Na ja. Mein Gott. Dann ist es halt so jetzt. Ähm. Gut. Jetzt habe ich hier irgendwie ein Bild. Kann man das hier irgendwo... Hm. Nein. Nein. Hallo. Gibt es denn das eine? Oh Gott. Ja, oder ich... Oder... Das geht auf der anderen Seite nicht. Meine Güte, das ist ja ein hässliches Bild. Gut, ich gehe damit woanders hin. Die machen oben kein Bild. Ähm. Ähm. Passt jetzt nicht ganz, äh, aber egal. So. Ein paar Treppen. Jetzt habe ich eine neue Liste dabei. Plunder ohne Ende. Banner. Grauer Pfeil, grauer Bord, schwarzer Balken. Ha. Okay. Ähm. Irgendwo. So, eigentlich müssen wir uns mal ein paar Eimer machen. Und... Fische unseren See setzen. Theoretisch. Hm. So, Karotten. So, Katowhis. So, Katowhis. Giftige Katowhe, ne, ja, gut. So, dann haben wir die wieder aufgefüllt. Das kann ja eigentlich weg. Achso, ich wollte Kühl fittern. So, ich wollte Kühl fittern.